hey ich bin's wieder ludwig dein body vital trainer am samstag 19 uhr bist du wieder mit dabei diesmal möchte ich dir zeigen wie so mein arbeitsalltag ausschaut als personal trainer ich hoffe es ist auch spannend für dich also samstag 19 uhr drück die glocke somit verpasst du dieses wieder nicht